Guten Morgen, guten Abend, guten Tag oder auch guten Appetit und herzlich willkommen zum Goddard-Podcast, wo wir im Regelfall wöchentlich über Sonic und seine Superstars reden. Genau. Passt jetzt ganz gut. Und wir, das sind natürlich einmal der liebe David aka Dev. Hallöchen. Und ich bin Steven bzw. Ruki und wir sind beide von spindash.de, eine der nach wie vor größten deutschen Sonic-Websites, auch wenn die Lage da etwas dünn wird. Natürlich. Und ja, heute haben wir eine kleine Bonus-Folge für die Woche geplant, denn wir, bzw. ich, war natürlich wieder auf der Gamescom und hatte die Möglichkeit, ein bisschen mehr von Sonic Superstars zu sehen bzw. zu spielen als die Leute, die nur auf dem Showfloor gewesen sind. Über die Showfloor-Demo habe ich in der gestrigen Folge schon gesprochen, sprich, das ist dann Folge Nummer 197 und auch ein bisschen generell über die Gamescom und da hatten wir natürlich auch aktuelle News. Sprich, wenn ihr gerade darauf wartet, dann hört euch die letzte Folge an. Heute geht es wirklich exklusiv um die, ja, etwas andere Demo, die wir dann, oder die ich dann im Pressebereich der Messe anspielen durfte, wo ich einen Termin hatte. Und das wird tatsächlich ein bisschen anders, als ich es selbst erwartet hatte. Okay. Denn, äh, ich konnte nicht, ich war jetzt so drauf eingestellt, so wie es auch bei beispielsweise Frontiers oder sowas war, dass ich einfach in dieser Demo neuen Bereich spielen werde, alleine. Das hat sich in Teilen bewahrheitet, weil es gab zwei neue Levels anzuspielen. Oh, okay. Und, äh, die hießen namentlich, Moment, ich muss mal ganz kurz nachschauen, Pinball Carnival und Cyber Station. Oh. Ich glaube, Pinball Carnival haben wir noch nicht in Trailern gesehen, aber da kannst du nicht, ja. Also, Cyber, äh, Cyber, 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 äh, wie hieß es jetzt? Ich hab's schon wieder vergessen. Cyber Station, ja. Das war auf jeden Fall, äh, schon im ersten Trailer zu sehen. Genau, ja. Und da, darauf werde ich dann ein bisschen eingehen. Und, das, was ich halt überhaupt nicht erwartet habe, ist, äh, dass ich einer von zwei Gruppen war, also wir waren dazu, oh Gott, äh, sechst, glaube ich, drinne. Und es gab zwei Zweiergruppen, die den Koop-Modus ausprobieren durften. Oh, cool. Das heißt, äh, im Prinzip, wir haben vom Koop-Modus in Trailern was gesehen, aber ansonsten wissen wir, glaube ich, noch so ziemlich gar nichts davon. Hm, nicht heute zu viel, ja. Hab' gerade noch mal nachgeschaut. Also, Pinball Carnival war auch im neuesten Trailer schon dabei, den wir jetzt zur Gamescom bekommen haben, zum Multiplayer-Trailer. Ah, okay. Und ganz, ganz kurz, glaube ich, ein kurzer Moment war in dem Nintendo Direct-Trailer vor ein paar Monaten noch auch mit dabei. Alles klar, dann ist das ja schon mal was. Mhm. Ähm, wir werden auch noch ein schriftliches Hands-On veröffentlichen auf spindish.de. Ich weiß nicht, ob ich's schaffe, dass das steht, bis das Embargo vorbei ist. Und das ist halt zum Release-Zeitpunkt dieser Folge, also Dienstag um 10 Uhr deutscher Ortszeit. Mhm. Äh, jetzt ist es aber so, dass ich die Presse-Assets dazu noch nicht habe. Also, das war bei Frontiers ein bisschen anders, da hatten wir schon alles und ich konnte mich an Screenshots und sowas noch ein bisschen langhangeln, wie bestimmte Dinge funktioniert haben. Das kann ich jetzt gerade nicht. Das heißt, hier in diesem Podcast spreche ich gerade wirklich nur aus der Erinnerung. Okay, ja. Und ich geb mein Bestes, das alles zusammenzubekommen. Ähm, ich kann aber jetzt nicht unfassbar viel versprechen, äh, gerade was die Bosse angeht, weil, ich hatte es ja in der letzten Folge schon erzählt, die Gamescom war für mich ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich versuche alles so gut wie möglich noch zusammenzubekommen und weitere Infos gibt's dann in Teilen, eben im schriftlichen Teil, wenn ich meine Erinnerung nochmal mit Screenshots abgleichen kann. Also, Sachen, wo ich mir jetzt unsicher bin, da sag ich das direkt nochmal dazu. Und, ja, damit würde ich sagen, können wir auch direkt starten. Um das nochmal vorwegzunehmen, der Battle-Mode war im Menü dieser anspielbaren Demo vorhanden. Oh, okay. Wir durften das aber nicht spielen, weil der wohl noch nicht ready to show war. Mhm. Ich würde stark davon ausgehen, äh, dass das ein Demo-Bild gewesen ist, der halt eben noch nicht ganz fertig gewesen ist, gerade im Hinblick auf den Battle-Modus. Oder eigentlich nur im Hinblick auf den Battle-Modus, weil der Rest stand, basically. Und dass wir zur EGX in London den Battle-Modus dann auch in Aktion mit Hands-on-Berichten sehen werden. Wir konnten den derzeit noch nicht anspielen. Vielleicht gab es andere Media-Outlets, die die Chance hatten, den auszuprobieren. Das kann ich nicht sagen. Mhm. Uns wurde nur gesagt, hey, den Battle-Mode bitte nicht. Und sollten wir mitkriegen, dass den jemand startet, werden wir euch mal kurz auf die Schulter tappen und so. Hey, das bitte nicht. Mhm, okay. Erinnert mich ein bisschen damals an Team Sonic Racing, wo ich ja auch einen kompletten Bild eigentlich, so den finalen Bild sozusagen spielen durfte, wo aber die Strecken noch nicht fertig waren, wo ich ja die komplette Level-Liste auch gesehen habe. Genau, ja. Und da ist ein Kumpel von mir halt zufällig in ein Level rein, was er nicht hätte spielen sollen. Und das sah ja dann auch noch sehr, sehr unpolished aus. Mhm, okay. Ich nehme an, dass das jetzt eine ähnliche Situation sein könnte. Nur, dass es jetzt halt nicht der finale Bild war, sondern wirklich ein Demo-Bild, wo diese vier Levels so ausverstanden. Mhm. Anders als von Bridge Island und Speed Jungle war es jetzt so, dass... Ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen, äh, Pinball Carnival und Cyber Station nur jeweils einen Act hatten. Ah, okay. Also keine zwei Acts, sondern jeweils nur einen Act und halt mit Boss am Ende, oder? Ja, genau. Ah, okay. Und, äh, ja, das hat mich ein bisschen verwundert. Wir hatten eine halbe Stunde Anspielzeit, was im Prinzip mehr als ausreichend war. So kann man nicht anders sagen. Kann ich mir denken, bei zwei Leveln im Grunde? Naja, Bridge Island und Speed Jungle waren auch verfügbar. Ah, okay. Die hat man auch nochmal spielen können. Ja, hier habe ich dann auch, äh, eben Bridge Island dann nochmal spielen können und dann im Koop-Modus. Äh, es wurde darauf hingewiesen, dass Speed Jungle nicht ganz auf Koop ausgelegt ist, zumindest nicht im aktuellen Bild. Oh, okay. Und man das... Also, es war im Koop spielbar, aber es ist halt ein sehr schnelles Level und das sorgte halt ein bisschen dafür, dass das im Koop nicht ganz so gut zu genießen war. Warum, komme ich gleich nochmal zu. Aber es waren halt, in diesem Demo-Bild waren alle vier Stages drin und ich konnte dann auch das, was noch irgendwie offen war, äh, was ich auf dem Showfloor nicht spielen konnte, konnte ich hier dann auch nochmal mir anschauen. Okay, ja. Und ja. So, kommen wir erstmal generell zur Koop-Mechanik, würde ich sagen. Denn das ist relativ kurz zu halten, denn im Prinzip ist die Koop-Mechanik so, wie sie in Sonic 4 gewesen ist. Okay, also in Sonic 4 Episode 2 mit Sonic und Tails im Grunde. Genau, genau. Weil es wird halt quasi ein Main-Player, in Anführungsstrichen, bestimmt. Das wirkte nicht so, als ob im Hauptmenü Spieler 1 und Spieler 2 ausgewählt werden und dann ist das gesetzt. Ähm, einfach aus dem Grund, dass es häufig so war, dass ich beispielsweise Spieler 1 war, mein Kollege dann Spieler 2. Und trotzdem war es so, wenn der eine Spieler, äh, jetzt sagen wir mal Spieler 2, weiter vorne war und irgendwie vorne aus dem Bild gekommen ist, äh, dass ich dann hinterhergezogen wurde. Weil wenn man zu weit aus dem Bild ist, ist das, wie gesagt, wie in Sonic 4, äh, muss man einen Knopf drücken, damit man dann wieder bei dem anderen Spieler oder der anderen Spielerin spawnt. Und, ja, das ist für die doch recht schnellen Levels, das ist halt super häufig passiert, äh, dass man eben nachgespawnt ist. Aber wer, welcher Spieler oder welche Spielerin nachgespawnt ist, das hat halt irgendwie gewechselt, hatte ich den Eindruck. Okay. Weil das war jetzt nicht wirklich, wer den ersten Charakter auswählt, ist halt normalerweise Spieler 1. Und das hat sich aus meinem Gefühl heraus nicht immer zwingend danach gerichtet. Mhm. Und das fand ich dann etwas unüblich, einfach, äh, nicht schlecht, weil das sorgt natürlich dafür, dass, äh, ein Spieler, der weiter vorne ist, äh, nicht ständig zurückgeschoben wird, weil er ist halt nicht Spieler 1 oder sie ist halt nicht Spielerin 1. Ähm, das hat das Ganze ein bisschen angenehmer gemacht, als es in Sonic 4, zumindest in meiner Erinnerung, in Sonic 4 Episode 2 gewesen ist. Mhm. Aber, ja, das ist im Prinzip, wie der Koop funktioniert. Das Einzige, wo ich gemerkt habe, dass zwei Charaktere miteinander auch, äh, interagieren können, ist, wenn einer der beiden Charaktere Tails gewesen ist. Oh, okay. Weil, äh, Tails kann halt den anderen Charakter tragen. Genau, ja. Wir haben jetzt leider nicht so ausführlich getestet, wie das mit anderen Charakteren ist, so. Das war halt bei Tails auch immer nur Zufall, dass uns das passiert ist, so. Wenn man halt an Tails Hände springt, dann, äh, trägt Tails ein, wenn er gerade in der Luft ist und fliegt. Okay, ja. Heißt, ich kann jetzt nicht über die anderen Charaktere sprechen. Äh, ich hab in der Demo, dadurch, dass wir ja dann, äh, drei Levels gespielt haben, äh, Gott, was hab ich gespielt? Ich hab nochmal natürlich Knuckles gespielt, ich habe Amy gespielt und ich habe einmal Sonic gespielt, glaube ich. Bei Sonic bin ich mir aber gerade ein bisschen unsicher. Ah, ah, Matthias ist einfach zurückgelassen worden. Ja, also, wir haben ja im Endeffekt auch nur drei Levels gespielt und dann war die Zeit vorbei, weil Bridge Island hatte halt zwei Acts, das hat das Ganze ein bisschen in die Länge gezogen. Und ich weiß, dass wir in Cyber... Station? Cyber Station, genau, danke. Ähm, da sind wir relativ häufig auch gestorben. Das war an manchen Stellen recht knifflig. Oh, okay. Hier muss man natürlich auch dazu sagen, wir waren ungeübt, wir kannten die Levels nicht, äh, man kann das wahrscheinlich auch super schnell durchspielen. Mhm. Aber gerade beim Boss, glaube ich, war das in Cyber Station, äh, sind wir doch häufiger mal verreckt. Oh. Aber, was ich jetzt leider nicht mehr zusammenkriege auf Anhieb, ist wirklich, was das für ein Boss war. Aber das ist gerade ein bisschen schwierig und da ärgere ich mich sehr drüber, äh, dass ich das nicht mehr weiß. So, das kotzt mich gerade echt an. Ich hab da nur irgendwie so einen Trailer-Shot, aber das könnte irgendwie Cyber Station sein. War das ein Boss, wo man von Eggman verfolgt wird und gleichzeitig kämpft man in den Roboter, der einen Laser von oben schießt? Ja, ja. Oh, danke, 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 danke. Das war ein guter Trailer, das könnte sein, dass das der Stage-Boss der Wire-Up. Äh, also, der Boss hat da zwei Phasen, also, im Prinzip, die erste Phase hatte drei Subphasen, weil, das hat sich sehr angefühlt wie ein Metal-Sonic-Kampf. Ja, ja. Ist mir auch direkt aufgefallen, die Musik war auch relativ ähnlich zu dem Metal-Sonic-Film in Sonic 4 Episode 2 in White Park, so wie ich's im Kopf habe. Die Kopfhörer hier übrigens deutlich besser. Oh, nice. Äh, und die Musik in den Levels hat mir hier auch mehr gefallen, als es, ähm, in Bridge Hill und in Dings der Fall war, äh, Speed Jungle und gerade beim Boss Speed Jungle hab ich recht cool in Erinnerung. Und der Boss war halt, er hat halt Metal-Sonic-Angriffe im Endeffekt gemacht. So, er hat den Boost auf dich gehabt, er hat sein Elektroschild gehabt und du musstest halt dann immer ein bisschen abpassen, wie du ihn treffen kannst. Mhm. Äh, das war schon relativ knifflig und es ist halt so, wenn ein Charakter stirbt, dann steht der andere logischerweise alleine da. Oh, okay, also, es gibt doch keinen automatischen Respawn oder irgendwas in der Art? Ähm, es gab ihn, aber ich weiß nicht unter welchen Voraussetzungen. Wir haben das, glaube ich, einmal hatten wir einen automatischen Respawn und einmal ist es uns auch passiert, dass, äh, der Übergang in die Boss Area dafür gesorgt hat, dass einer von uns beiden, äh, gestorben ist und nicht sich reviven konnte. Das war sehr merkwürdig. Ich kann das nicht erklären, ich schrieb es mal drauf, dass das einfach, äh, jetzt ein Bug in diesem Demo-Build ist. Hm, könnte sein, ja. Und dazu möchte ich nochmal sagen, Demo-Builds sind immer Builds, die exklusiv für diese Messe gemacht werden, die nehmen halt einen Teil des Spiels raus und machen diesen Teil spielbar und das funktioniert nicht immer gut, weil das halt ein immenser Mehraufwand in der Entwicklung ist, das dann irgendwie zu optimieren und lauffähig zu machen. Im Regelfall funktioniert das sehr gut, ähm, aber nicht immer. So, bei Sonic Frontiers war es so, gehe ich von aus, hatten wir, ähm, in der Presse-Area den, äh, finalen, finalen Bild, wie der aktuelle Stand von dem Spiel war zu dem Zeitpunkt. Und ich würde fast auch davon ausgehen, dass das, äh, auch im, im Public-Show-Floor war. Also ich, ich glaube, hätte man sich angestrengt, äh, und hätten die Leute da so lange zocken können, wäre man da auch nach Arras Island gekommen irgendwie. Äh, aber das war nicht möglich, so zeitlich einfach nicht. Nope. Zumal die dann auch abgeblockt hätten, wenn da irgendwas gesehen wird, was nicht gesehen werden soll. Mhm, natürlich. Aber hier, äh, gehe ich davon aus, dass das kein finaler Bild war, weil wir wirklich sehr begrenzt Auswahlmöglichkeiten hatten, was Levels und sowas anging. Auch keine Skins irgendwie waren drinne, die man hätte auswählen können. Mhm. Und ja, äh, der, der Bosskampf in Cyberstation, wo ich ja gerade gewesen bin, erste Phase irgendwie Metal Sonic und dann, Metal Sonic in Anführungszeichen, das war nicht Metal Sonic, das war ein anderer Roboter. Mhm. Und da sind wir schon recht häufig gestorben, gerade im dritten Abschnitt dieses, äh, dieses Bosskampfs. Na. Wo, wo man dann halt, ähm, ja, der setzt sich dann quasi in ein größeres Gerät und verfolgt einen, ähnlich wie in Sonic 3 und Knuckles in der Death-X-Zone, der Boss. Oh, okay. Äh, das halt hinter einem auch alles runterbricht und, ja, den Treffer zu landen, das war nicht einfach, das hat uns ein paar Versuche gekostet. Okay, oh, interessant. Das Spiel tatsächlich ein bisschen Kniffliges in der Hinsicht. Äh, und dann ist man halt normal auf die, die Kapsel, äh, gesprungen und da ist halt, wie gesagt, so ein kleines, ja, so ein kleines Rad, was sich dann dreht und da bekommt man entweder eine Frucht oder nicht. Mhm. Ähm, hatte ich ja in der gestrigen Folge schon erzählt. Sieht man auch in Trailern schon, was die Früchte machen. Unklar wird man dann sehen. Ich nehme an, damit kann man möglicherweise zusätzliche Skins unlocken, weil ich führe mich bei dieser Fruchtgeschichte sehr an Mario & Sonic 2016 erinnert. Okay, ja. Die 3DS-Version, wo man halt auch immer verschiedene Früchte gesammelt hat, die man dann eintäuschen konnte gegen, äh, Kostüme. Es könnte sein, aber da bin ich mir jetzt absolut nicht 100% sicher. Ich hab irgendwie das Gefühl, es ist mal erwähnt worden, dass diese Früchte irgendwelche Bonuslevel freischalten könnten. Das kann auch sehr gut sein. Also wie gesagt, das ist von mir nur eine absolute Vermutung, weil davon hab ich nichts gesehen im Spiel. Aber das bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob das jetzt wirklich diese Früchte waren, aber irgendwie kann man damit scheinbar so Einzelecks für gewisse einzelne Charaktere freischalten eventuell. Aber bitte nicht jetzt irgendwie drauf gucken, weil ich bin mir absolut nicht mehr sicher. Also das werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten noch sehen. Wir werden ja nicht das einzige Preview haben und da werden noch einige Informationen ans Tagetisch kommen, die jetzt wir überhaupt nicht gesehen haben. Ich gehe davon aus, dass Izukas da noch Interviews gegeben hat. Dafür haben wir dieses Jahr leider keinen Slot bekommen. Aber er war halt da. Ich hab ihn ja getroffen. Genau, ja. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass da auch Interviews mit ein paar Media-Outlets wie beispielsweise IGN oder so gelaufen sind. So, aber ich bin halt auf diese Kapselbox gesprungen und das landete auf Rot. Und dann kam einfach noch ein Bosskampf. Und ich war so, okay. Uh, cool. Interessant. Interessant Twist, ja. Erinnert mich so ein bisschen an Knuckles Chaotix. Da haben sie, glaube ich, mit Metal Sonic so etwas Ähnliches gemacht. Ja, gut. Habe ich jetzt nie gespielt. Deswegen kann ich da schlecht was zu sagen. Aber ja, fand ich auf jeden Fall einen netten Twist, dass sie sowas einbauen. Und konnte man halt noch einen Extra-Boss machen. Aber so leid es mir tut, ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Also, das ärgert mich wirklich, wirklich hart. Und das tut mir super leid, dass ich das halt gerade nicht mehr im Kopf habe. Sobald die Presse-Assets kommen, also da gibt es dann B-Roll-Footage und Screenshots und, und, und. Die sind jetzt, wir nehmen das gerade Sonntagnacht auf um 22.30 Uhr. Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die noch nicht da. Ich gehe davon aus, dass die Montag kommen. Eventuell erschieben wir dann sogar noch was rein in diese Folge. So einfach, hey, hier, Stimmen aus dem Off, so und so ist es. Aber jetzt gerade kriege ich den zweiten Boss leider nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß, dass es dann Eggman-only gewesen sein muss. Aber ich weiß nicht mehr 100 Prozent, was es war. Ah, interessant, dass ich bei den Bossgegnern wirklich derart kreativ sind, in dem Sinn. Weil, wow. Man hat ja schon bei den anderen Bossen gemerkt, dass die einfach verschiedene Phasen haben. Und einfach immer weiter so ein bisschen eskalieren. Und jetzt hat man den Boss, der an sich schon recht knifflig ist. Und wenn man ihn besiegt hat, kommt dann plötzlich einfach nochmal ein zweiter Boss. Und, wow. Sie stellen sich da echt müde zu nehmen. Also, was die Bosse angeht, habe ich wenig Befürchtung, dass das was Cooles wird. Weil, wirklich, da steckt viel Einfallsreichtum drin, auch was die Angriffe und sowas angeht. Ja. Du hast gerade gesagt, wenig Befürchtung, dass es was Cooles wird. Aber du meinst wahrscheinlich wenig Befürchtung. Ich befürchte, dass es nichts Cooles wird. Da habe ich keine Befürchtung. Ja, genau. Und, speaking of Kreativität. Holy shit, Cyber Station. Ich liebe dieses Level. Okay. Ja, man hat schon ein paar Shots in den Trailern auch gesehen. Das hat sehr interessant ausgesehen. Und Cyber Stage kann man sich ein bisschen vorstellen. Es ist, sagen wir mal, ein bisschen mit Gimmicks zugepackt, ja. Aber auf eine recht coole Art und Weise. Wir haben ja in, und ich habe ja gestern schon darüber gesprochen, dass ich sehr viel Sonic CD-Vibes bekomme, was Ideen angeht, die sie irgendwie eingebaut haben. Und das gipfelt es in Cyber Stage sehr. Denn, falls du dich erinnerst, in Metallic Madness gab es ja die Laser, die Sonic halt klein gemacht haben. Ja, genau. Ja. Und sowas gibt es jetzt auch. Und man verwandelt sich dann aber in verschiedenste Formen. Also, ich habe drei Stück ausprobieren können. Das erste waren die Squids, die wir schon im ersten Trailer hatten. Genau. Die haben halt, ja, damit kann man im Prinzip frei auf dieser, in Anführungsstrichen, 2D-Fläche, die man halt frontal sieht, kann man halt rumschweben. Ähnlich wie, keine Ahnung, Drill Risp in Sonic Lost World 3DS oder sowas. Es gibt einen kleinen Boost, womit man dann auch Gegner erledigen kann und sowas. Und grundsätzlich, das ist schon mal eine sehr coole Idee. Die kennt man, wie gesagt, aus Trailern spielt sich soweit gut. Steuerung war von den Dingern gut umgesetzt. Also, der Drill Risp war weniger responsiv als das hier. Ah. Klingt schon sehr gut, ja. Dann gab es aber noch zwei andere. Und wir haben im Multiplayer Trailer die Rakete gesehen. Mhm. Die funktioniert halt, ja, im Prinzip ähnlich wie der Rocket Risp, wenn man es so will. Okay, ja. Wenn man einen Knopf gedrückt hat, ist sie, glaube ich, einen Tick schneller geworden. Aber da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Es gab aber auf jeden Fall, man fliegt halt straight in eine Richtung von links nach rechts. Sowas zumindest bei denen, die ich gesehen habe, kann sein, dass es auch noch andere Richtungen gibt. So nach oben und nach links zurück oder sonst was. Und da sind ein paar Obstacles auf dem Weg und zusätzlich auch, ich nenne es mal Booster. Das sind halt wie so fast schon viereckige Portale, nenne ich es mal. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll. Haben wir auch in Trailern schon gesehen. Gibt es auch in den Special Stages und sowas halt einfach Dinge, die einem einen Boost geben. Und ich hatte den Eindruck, dass das an dieser Stelle weniger kooperativ ist, sondern mehr kompetitiv. Weil es kam halt so rüber, so hey, du spielst das gerade zu zweit, sei als Erster am Ziel. Oh, okay. Das war dann bittig, dass ich so ein Wettrennen mit anderen Mitspielern hatte. Ja, das fand ich halt cool. Man konnte sich gut an den Ringen langhangeln, weil dann hat man die Booster immer ganz gut abbekommen. Aber ja, das war schon mal auch ein nettes Gimmick. Und dann, ich erinnere mich nicht mehr, was für eine Form das war. Ich nehme aber an, es war eine Spinne, mit der man dann an einem elektrisch geladenen Gitternetz hoch musste. Und da waren halt dann Gegner drin. Wie man das kennt in, ach Gott, mir fällt gerade kein Spielbeispiel ein. Ich habe eine Idee, Super Mario World eventuell. Da hat man ja bei gewissen Schlossleveln auch so Gitter gehabt, wo man im Grunde sich entlanghangeln hat können. Auf der anderen Seite waren dann Gegner, die man irgendwie mit dem Punch weggeschlagen hat können. Naja, also ich würde es am ehesten tatsächlich mit einem Kinderspiel vergleichen, wo man mit einem Stift an einem bestimmten Punkt anfängt und zu einem Ziel kommen muss. Und da dann halt immer das jeweilige Gitter lang muss. Ah, okay. Also man kann halt dann nur, wenn da ein Knotenpunkt ist, kann man dann irgendwie nach links oder weiter geradeaus oder sowas. So kann man sich das vorstellen. In etwa. Und da waren halt aber auch Gegner, die sich bewegt haben und deren Movement man ein bisschen beobachten musste, damit man die halt nicht trifft. Weil ansonsten ist man gestorben und musste von vorne starten. Oder nicht gestorben, aber man ist halt einfach komplett runtergefallen. Okay, ja. Das fand ich sehr cool. Cool. Also es hat Tempo rausgenommen, auf jeden Fall. Was ein bisschen schade ist, weil Cyber Station war schon auch ein recht flottes Level, wenn auch nicht mit Speed Jungle vergleichbar. Und ja, aber war eine sehr nette Idee. Und ansonsten Stage Design technisch, das Level Design von Cyber Station war so, dass ich den Eindruck hatte, fast schon etwas überwältigt zu sein von den Pfaden, die man wählen konnte. Oh, das klingt schon mal sehr vielversprechend, Job. Weil es gab halt überall links und rechts ganz kleinere Sachen, wo man hätte anders abbiegen können oder rechtzeitig springen hätte können, um einen anderen Pfad zu nehmen und, und, und. Es hat sich jetzt nicht super weit aufgeteilt, aber es hat sich häufig aufgeteilt, würde ich behaupten. Okay, ja. Das ist aber ein sehr gutes Zeichen. Und das hat mir tatsächlich sehr gefallen. Also Cyber Station ist ein bisschen so mein Highlight gewesen von dieser ganzen Sonic Superstars Geschichte auf der Gamescom. Weil das Level hat einfach Bock gemacht und gezeigt, dass auch die EntwicklerInnen halt sich ein bisschen ausleben, was Kreativität angeht. Ja, sie nehmen sich Ideen von anderen Spielen, entwickeln die aber auf eine sehr coole Art und Weise weiter. So, in diesem Fall Cyber Station halt viel Sonic CD, du bist zu Mini-Sonic geworden. Das haben sie genommen und einfach so, hey, was können wir da für coole Formen einbauen, womit man halt cooles Zeug im Level noch bauen kann. Ja. Und das mochte ich sehr. Hm. Nicht schlecht, Job. Wie gesagt, ist gerade ein bisschen blöd, dass ich mich an den zweiten Boss nicht erinnere. Mhm. Das ärgert mich unheimlich. Ihr wart wahrscheinlich so gut, dass ihr den Boss einfach komplett zerstört habt. Er war eigentlich nur ein paar wenige Sekunden im Screen. Ja, der zweite Boss, den musste ich tatsächlich alleine machen. Das weiß ich noch, weil mein Kollege ist halt gestorben. Oh. Oder hat er den alleine gemacht? Nee, nee, den habe ich alleine gemacht. Mhm. Das war dann in Pinball... Pinball-Karneval, nicht? Pinball-Karneval, ja. Ach Gott, diese Namen. Die sind noch neu, entschuldigt. Mhm. Da hat er, glaube ich, dann die letzten Hits alleine machen müssen. Aber, ja, war cool und machbarer als die erste Phase, weil die erste Phase ist halt so, spring halt falsch und du bist, wenn du den letzten Hits setzt oder sowas, bist du tot. Mhm, okay, ja. Das ist etwas ungünstig. Ja. So, dann kommen wir zu Pinball-Karneval. Ähm, ja, wo ich jetzt leider schon wieder sagen muss, dass mir da ein bisschen Einblick fehlt, aber ganz einfach deswegen, weil wir einen sehr linearen Pfad gewählt haben. Mhm. Also, ich habe jetzt nicht im Kopf, dass wir da super viele neue und coole Stage-Gimmicks hatten, sondern es ist halt mehr so, ja, halt ein Pinball. Pinball-Level gewesen. Ja, wie man sie ja aus ziemlich jeden anderen zwei, die Sonic auch kennt. Ja, also, es ist, ich weiß auch nicht, womit ich das vergleichen kann, weil Pinball-Level lassen sich grundsätzlich doch eher ein bisschen schwieriger miteinander vergleichen, habe ich den Eindruck. Mhm. Denn, äh, die kommen halt doch mit ihren ganz eigenen Ideen irgendwie daher. Es gab halt viele Pfade, äh, mit nicht Grindrails, äh, sondern es sah halt aus wie Grindrails, aber da konntest du nicht griden. Und generell hat mich das designtechnisch, äh, ein bisschen an White Park, Akt 2, in Sonic 4, Episode 2 erinnert. Okay. Denn, äh, das ist, glaube ich, was, was man im Trailer auch gesehen haben müsste. So, im Hintergrund ist halt auch sowas wie eine Achterbahn. Mhm, genau, ja. Äh, und, ja, ein paar Gimmicks, äh, die ich jetzt nennen könnte, wären halt einmal, äh, aus Wacky Workbench, äh, Akt 1 und 2. Da, da gibt's immer so, 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 ja, Kreise, wo man halt, äh, dann, dann langgeführt wird an so einer, ja, wie soll ich das sagen, Energie-Dingens-Bummens, ähm, weißt du, was ich meine, wo man im richtigen Moment dann abspringen musste, um in eine bestimmte Richtung zu kommen? Glaube, ja. Äh, und das halt wie an so einem Energiepfad lang, wo Sonic dann auch in der Kugel war und halt nicht drumrum gelaufen ist, wie beispielsweise in Scrap Brain, in Sonic 1. Ja. Äh, sondern halt wirklich, du bist zum Ball und musst dann, äh, wirst dann langsam da langgeführt, wirst nicht schneller oder sowas und musst dann richtig abspringen. Genau, ich glaub, das sieht man auch im Multiplayer-Trailer, wenn mich nicht alles täuscht. Sieht man das, okay. Und müssen dann auch dabei sein, ne, wenn das, das ist, wovon du gerade redest. Und, äh, ja, ansonsten, äh, natürlich die, die, die Pinball-Kanonen, oder die Kanonen, die wir beispielsweise in Sonic 4 Episode 2 hatten, äh, oder sowas, das war halt da, äh, womit man sich in eine bestimmte Richtung schießt. Ähm, uh, viel mehr krieg ich spontan aber nicht, nicht zusammen, glaub ich, weil es war halt mehr oder minder ein typisches Pinball-Level. Mhm. Und, das war, okay, es war fein für das, was es gewesen ist, nämlich ein Pinball-Level. Ich bin kein großer Fan von Pinball-Levels, hab aber trotzdem in diesem Level eine coole Zeit gehabt. Uh, okay. Äh, und wie gesagt, Boss, äh, gerade echt schwierig. Mhm. Ah, die, die, diese Folge nervt mich ein bisschen, weil ich halt so viel leider nicht mehr zusammenkriege, weil, ja, personal stuff und, äh, ein Tag Gamescom, äh, da irgendwie drei Tage reinquellen. Und sowas, es ist alles ein bisschen unfortunate. Ja, ähm, vermischt wahrscheinlich auch so ein bisschen miteinander, ja. Wir versuchen aber natürlich euch, wie gesagt, weitere Infos zu geben, sobald das Pressematerial da ist, weil, wenn ich ein paar Screenshots noch sehe oder sowas, dann krieg ich auch mehr zusammen. Das weiß ich, wenn ich da irgendwas sehe, dann so, ah, ja, so war's. Mhm. Äh, wir wollten jetzt nur die ersten Eindrücke davon, wollten wir halt jetzt in der Folge schon mal raushauen. Mhm. Äh, ja, Speed Jungle wurde uns gesagt, äh, ich weiß nicht, hab ich es schon mal gesehen. Äh, ich weiß nicht, wie ich es schon erwähnt hab, äh, möglichst nicht spielen, weil es eben mehr auf Singleplayer ausgelegt war, in der Form, wie wir es da hatten. Okay, ja, verständlich. Ich glaub, ich hab's am Anfang der Folge mal, mal erwähnt. Also, ja, kann ich mir gut denken, dass die Charaktere da einfach immer mitgeschleift werden, die anderen Charaktere. Und dann hatten wir natürlich noch Bridge Island und ich denke, von Bridge Island hat man aber ausreichend gesehen, als, äh, dass man da jetzt noch viel drüber sprechen müsste, war halt, ich denke, in der Opening Zone, ähm, hat ein paar Sachen aus anderen Spielen sich geborgt. Was man in Trailern beispielsweise auch schon sieht, ist halt, äh, diese fast schon Rampen, an denen man dann ein bisschen lang geführt wird, äh, so, die einen dann eben irgendwie nach, nach links oben schleudern und da ist dann die nächste und schleudert einen dann nach rechts oder sowas. Äh, hat man halt alles gesehen und war ein cooles Level. Was ich noch erwähnen würde, da bin ich unsicher, ob man das in Trailern schon mal gesehen hat, ist auf jeden Fall, es gibt immer so, nicht die Ringportale, die Ringportale führen in Special Stages, über die hab ich ja gestern schon gesprochen, äh, sondern da sind dann wie so ne, wie so ne, wie so ne kleinen Löcher, die man sich, äh, vorstellen kann, wie die Portale, wenn man den Void Wisp in Sonic Lost World, äh, an der Wii U hatte. Oh, okay, ja. Wo man dann in ein extra Areal kam damals. Das klingt jetzt neu für mich, ja. Und das ist ähnlich und ich bin sicher, dass man, äh, zumindest das Areal, in das man dann kommt, äh, das hat man im Multiplayer-Trailer schon gesehen, wenn du den gerade anhast und mal so zu 28 Sekunden etwa durchskippst. Okay, ja, ich schau mal. Da kommt, da kommt man dann, äh, in so ein kleines Areal im Himmel, äh, im Trailer ist es, äh, ein horizontales, äh, wir waren aber nur in vertikalen Arealen, wo man halt von oben nach unten fällt natürlich. Und da hab ich jetzt nichts weiter bemerkt, als dass man da mehr Ringe sammeln kann, einfach. Okay, ja. Ist halt so ein kleines Bonusareal, wo man eben Ringe sammeln kann. Das ist, ist es nett. Nett, ja. Nett genug. Ich mein, ist nett, wenn im Level auch so ein bisschen Deckungen und versteckte Areale drin sind. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und ich bin sicher, da machen sie auch irgendwas noch mit. Ja. Also das wird nicht nur zum Ringsammeln da sein, da mein ich mir relativ sicher. Okay, mal schauen, ja. Äh, um der Frage vorzubeugen, nein, Nebbet hab ich nicht gesehen. Ne, er ist nicht Nebbet, äh, Daniel Charakter. Ah, Trip. Trip, genau. Ich hab an Nebbet gedacht, weil New Super Mario Bros, äh. Ja, und ich mein, das Design ist ein bisschen ähnlich vielleicht. Also die, die Funktionsweise, wie ich sie kennengelernt habe, ist ein bisschen ähnlich, aber hab ich halt jetzt nicht, äh, großartig gesehen beim Gameplay. Mhm, okay. Und du musst mir jetzt mal eine Frage beantworten, David. Oh ja, ich werde springen. Hatte, hatte Amy in Sonic Origins Plus schon einen Doppelsprung? Einen Doppelsprung? Nö, glaub ich nicht. Also wenn man, äh, wenn man, äh, sehr, sehr stark täusche, aber sollte nicht davor sein. Wenn man mit Amy springt und nochmal A drückt, dann hat sie einen Doppelsprung, wo sie dann den Hammer dreht. Und wenn man A gedrückt hält, dann kommt halt das Übliche, was wir aus, ähm, Sonic Origins Plus schon kennen. Aber dieser Doppelsprung hatte mich sehr überrascht. Ja? Und ich weiß, dass damit der Pinball-Carnival-Boss, äh, ein Cakewalk gewesen ist, weil der halt super cheesebar gewesen ist. Oder, ne, der Bridge Island-Boss, Entschuldigung. Mhm. Weil du halt, du konntest, der ist ja Death Egg Robo-like, und du konntest halt einfach mit diesem Doppelsprung so hoch springen, dass du ihn dann einfach treffen konntest. Und dann bist du auch auf die andere Seite gekommen und von hinten konntest du ihn dann auch wieder treffen. So, damit, Amy war in dem Fall wieder, wie in Origins Plus, ein absoluter Easy-Mode. Ja, genau. Amy ist wahrscheinlich wieder die perfekte Wolle, um einfach die Bosse einzustampfen. Auf sehr schnelle Art. Ja, und ansonsten, Sonic Knuckles Tails, man kennt es. Äh, der, der Kollege, mit dem ich da gespielt hab, der hat halt Tails gespielt einmal. Und man hat es gut gesehen, dass, äh, dass halt Tails ist, wie man ihn kennt. Knuckles genauso. Nur, wie gestern schon erwähnt, ein bisschen sperrig beim Klettern. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das im finalen Produkt noch so sein wird. Also, es wirkte halt einfach ein bisschen so, als wenn man an der Wand sich festhält, dass es einen Moment dauert, wenn man nach oben drückt oder nach unten, bis er dann wirklich anfängt zu klettern. Okay, ja. Und das hat sich anders angefühlt, als in Origins Plus. Da war ja, äh, quasi direkt, dass er geklettert ist. Hm, genau, ja. Es war schon auch ein bisschen langsam, würde ich sagen, ein bisschen schwerfällig. Schon damals bei den Classics, aber wenn es da nochmal eine Stufe langsamer ist, dann, hm. Ja, aber wie gesagt, es ist nur eine Demo. So, das kann auch einfach an der Demo liegen. Und normalerweise bin ich selbst so, ja, da ändert sich zum finalen Spiel nichts mehr. Aber es ist halt eine Demo. Und da kann halt viel schief gehen, wenn man ein Demo-Bild erstellt, weil da halt super viel beachtet werden muss. Wenn da irgendwelche Abhängigkeiten fehlen, irgendwie auch nur ein 40-jähriger Programmcode fehlt, kann sowas halt vorkommen. Und Demo-Bilds sind immer schwierig. Ja, natürlich. So, deswegen haben wir auch weniger Public-Demos, was Sonic angeht, weil, äh, also viele sagen ja immer, ja, wenn ihr es auf der Gamescom veröffentlicht, warum macht ihr das nicht gleich für alle, jada, jada. Äh, das funktioniert halt deswegen nicht, weil man super viele Abhängigkeiten beachten muss. Und auf so einer Spielemesse kann man das in einem kontrollierten Umfeld machen. Das heißt, wenn die merken, hey, da passiert gerade etwas, was nicht passieren soll, kann man die Leute unterbrechen. Ja, genau. Und, ja, was ich noch gesehen habe, ähm, das ist halt wahrscheinlich auch, äh, mitunter fast das Interessanteste, waren Emerald Powers. Vier Stück. Oh, okay, yep. Also es waren, äh, zumindest in Pinball Carnival und Cyber Station waren vier Emerald Powers unlocked. Äh, ich glaube, man konnte keine zusätzlichen freischalten. Wir hatten eine Special Stage gemacht und die hatte uns keine neue Power gebracht, äh, sondern das war halt quasi Pre-Build, so, hey, du hast hier diese vier Kräfte und fertig. Äh, ich müsste jetzt überlegen, ob die Namen hatten, das, das kriege ich gerade nicht mehr zusammen. Äh, aber ich weiß noch, was sie tun. Okay, ja. Ja, so, wir haben natürlich einmal das Klonen, über das habe ich gestern schon gesprochen und das war auch tatsächlich so der deutsche Name, so, Klonen, äh, das habe ich ja auf dem Showfloor schon gesehen gehabt. Mhm. Äh, haben wir auch in Trailern schon gesehen, da kommt dann halt eine Armada von dem gerade vorhandenen Charakter und räumt halt Gegner aus dem Weg. Genau. Da ist nicht viel. Bei Posten wahrscheinlich ein bisschen extra schon. Dann etwas, was wir nicht ausgiebig genug testen konnten, war, ach, das war eine, die lila eine Emerald-Fähigkeit müsste es gewesen sein. Wir haben das auch in Trailern schon gesehen, aber wir haben in der Demo jetzt keinen Platz gefunden. Wir haben es in Bridge Hill ausprobiert und in Cyber Station, glaube ich, wo das wirklich nutzbar gewesen wäre, äh, das ist halt das, wo man versteckte Objekte sichtbar machen kann für einen gewissen Zeitraum. Genau, ja. Also da, wo halt Bonusringe und sowas alles, äh, hinkommen oder Bonus-Plattformen, aber da haben wir halt nichts gefunden, wo es irgendwas bewirkt hat. Wir haben es mehrfach aktiviert, aber wann immer scheinbar an Stellen, wo es, ja, eben nichts gebracht hat. Mhm. So, dann die rote Emerald-Power, die war im Multiplayer-Trailer auch zu sehen. Ich kann dir jetzt gerade die Stelle nicht sagen, ah doch, bei acht Sekunden. Acht Sekunden, ja, okay. Die ist sehr vergleichbar mit dem Burst-Wisp. Mhm. Also, äh, man kann damit halt, man wird so wie so einem roten Feuerball und boostet halt in eine bestimmte Richtung, wo auch immer, und kann das mehrfach halt machen. Ja, das klingt schon mal, also es ist interessant, dass sie wirklich so ein paar Wisp-Kräfte einfach in das Spiel mit integriert haben, weil vorher haben wir Rocket gehabt, jetzt haben wir den Burst-Nisp irgendwie auch drin. Ja, aber ich finde es so viel natürlicher, das über die Emerald-Kräfte zu regeln, als da irgendwie jetzt Wisps irgendwie auf Teufel komm raus reinwürgen zu müssen. Ja, natürlich, ja. Oh, und jetzt, wo ich den Trailer nochmal aufhabe, muss ich sagen, in Cyber Station sind die Charaktere auch zu Pixel-Versionen ihrer selbst geworden teilweise, was ich sehr cool fand. Oh, oh, auch cool. Ich kann aber gerade nicht, ich kann gerade nicht mehr sagen, ob das eine spezielle Fähigkeit noch hervorgerufen hat. Mhm. Oh, und ich sehe gerade, man sieht noch eine Phase von diesem Roboter-Boss, die uns andauernd gekillt hat. Oh. Bei 48 Sekunden im Multiplayer-Trailer, da muss man halt den Lasern ausweichen und irgendwie den Roboter oben treffen, während Eggman einem hinterherfliegt, oder Robot mit einem hinterherfliegt, und eben die Stage zerstört. Genau, darauf war ich nicht bezogen, wie ich gesagt habe, vor wegen, ob das dieser Boss sein könnte. Ja, ja, aber die ersten zwei Phasen waren halt komplett anders, da war das mehr so Metal-Sonic-like. Das hier war schon die dritte Phase, und da musste man ihn, glaube ich, zweimal noch treffen. Okay. Und zwischendurch, er hat auch andere Angriffe als diesen Laserangriff, so dem Laserangriff auszuweichen ist relativ easy, außer du steckst halt in dem unebenen Boden mal zwischendurch kurz fest. Mhm. Äh, aber an sich so, der rote Strahl selbst verletzt dich nicht, sondern wirklich nur der Impact am Boden. Mhm. Äh, und zwischendurch fliegt er dann aber auch nach hinten, und das ist so das, was ich als, äh, hey, ich kann ihn jetzt treffen, erkannt habe. Und da passiert aber genau dasselbe, was dir bei Metal-Sonic in Sonic Mania passiert, bei, äh, dem, ich nenn's jetzt einfach mal Death Egg Robo, weil ich den Namen nicht anders drauf hab, mit Sonic 3 Knuckles, äh, wenn er dir, äh, hinterher läuft und dich, dich halt abschießt. So, du kannst halt einfach, wenn du ihn triffst und ungünstig landest, bist du tot. Also, das passiert halt einfach, das ist uns viel zu oft passiert in der Demo. Äh, aber, ja, ansonsten, durchaus interessanter Boss, äh, ist halt ein bisschen Metal-Sonic-Rehash gewesen, aber das hat mich an der Stelle nicht ganz so gestört. Ich hoffe, dass das Design von diesem kleinen Roboter irgendeine Bewandtnis hat, weil es wirkte sehr generisch. Okay, ah. Der hat auch zwischenzeitlich, in einer Phase hatte er Abbilder seiner selbst, äh, da, die man dann erstmal teilweise aus dem Weg räumen musste, damit er wieder nach unten fliegt. Ich gehe davon aus, mit Amy wäre das deutlich einfacher gewesen, weil mit dem Doppelsprung kommt man halt immer zu ihm hoch. Mhm. Ähm, aber ja, das nur nochmal zu dem Boss. Äh, zurück zu Emerald-Kräften. Wir hatten natürlich die, die Wasserkraft auch noch und, ja, as simple as that, äh, hinter dir ist ein Wasserfall, du benutzt sie, drückst, äh, ich glaube, Viereck war es in dem Fall, also X auf dem Xbox-Controller. Und dann kannst du halt, äh, diesen Wasserfall hochboosten. Mhm. Ich hab jetzt, also es sieht halt aus ein bisschen wie eine Whisp-Power, aber ich wüsste jetzt keine vergleichbare, außer möglicherweise könnte man es ein bisschen mit dem Hover-Whisp vergleichen, aber in einem sehr eingegrenzten Bereich eben. Ja, in einem extrem spezifischen Kontext, in dem Sinne, ja. Also das wäre das Erste, womit ich es gerade auf Schlag vergleichen könnte. Mhm. Und, ja, das wäre im Prinzip das, was ich so aus dem Kopf zu berichten habe. Wenn du jetzt noch spezifische Fragen hättest, wäre das super, weil vielleicht erinnere ich mich dann noch an ein paar Sachen. Okay, ja. Eine Frage tatsächlich, was jetzt die neuen Level angeht, die du erwähnt hast, zum Beispiel Cyber Station oder Pinball Carnival. Äh, du hast jetzt über die Schwierigkeit von den Bossen geredet, aber wie schaut's mit den regulären Stages eigentlich schwierigkeitstechnisch aus? Kann man vielleicht schon irgendwie zuordnen, wo genau jetzt diese Stages auftauchen werden? Ob eher am Anfang des Spiels oder schon Richtung Midgame oder vielleicht sogar Endgame, je nachdem, wie schwierig sie sind. Es ist schwer zu sagen. Ich würde sie persönlich, glaube ich, Richtung Midgame einordnen. Okay, ja. Weil es ist jetzt nicht so, dass die super schwer waren, aber es war halt auch nicht jetzt irgendwie, hey, wir spielen hier Green Hill Zone Schwierigkeit. Mhm, genau. Also ich würde schon... Advanced, Advanced im Grunde. Ich würde halt schon grob schätzen. Und wie gesagt, wir haben nicht gesehen, wann diese Stages im Spiel waren. Die Ordnung im Demo-Bild war Bridge Island, dann Speed Jungle, dann Pinball Carnival und dann Cyber Station. Und dann war halt noch Battle-Menü-Menüpunkt, den wir aber nicht auswählen durften. Genau, ja. Bridge Island, wissen wir ja, ist die erste Zone und Speed Jungle müsste auch einer von den ersten paar wenigen sein. Ich glaube, die zweite oder dritte, irgend so was in dem Bereich. Ich weiß halt aber auch nicht, ob die Demo-Reihenfolge irgendwas ist, wo man ausgehen kann. Natürlich, ja. Ich glaube, das ist nur im Vorfeld schon irgendwie schon so erwähnt worden, was ich jetzt entfernt in Erinnerung habe, aber ich kann mich auch wieder täuschen. Also das sei halt nur gesagt, es kann sein, dass die Reihenfolge der Levels im späteren Spiel dann anders ist. Ich würde jetzt Pinball Carnival und Cyber Station würde ich eher im Midgame einordnen, weil schwer genug für irgendwie später ist es eigentlich nicht. Aber das wird sich erst beim Spiel selbst dann zeigen, wie der Schwierigkeitsgrad dann aussieht. Längentechnisch, es waren ja jeweils nur ein Act von den beiden Zones verfügbar. Ich glaube, wir lagen bei circa sieben bis zehn Minuten pro Act, inklusive der ganzen Tode in Cyber Station beispielsweise beim Boss. Okay, ja. Ich kann jetzt nicht sagen, ob der Timer weitergelaufen ist, weil darauf habe ich ganz einfach nicht geachtet. Aber wie gesagt, ich ordne es eher mit Game ein. Okay, ja. Sonst noch irgendwas zum Multiplayer vielleicht, wo dir irgendwas brennt. Also wie gesagt, du hast schon erwähnt, dass welche Stages für den Multiplayer so ein bisschen besser sind in dem Mehrspieler-Kontext als das andere. Im Demo-Bild war das so. Ich weiß nicht, ob es im Finalspiel so ist. Wie hat es sich angefühlt jetzt in Speed-Karneval, oder halt mit Speed-Karneval, in Pinball-Karneval und in Cyber Station. Hat man da irgendwie das Gefühl gehabt, die anderen Mitspieler haben wirklich auch was zum Gameplay, jetzt hauptsächlich auch zum Level-Gameplay beitragen können? Oder war das wirklich eine Situation, wo die Spieler sehr viel mitgeschleift worden sind und man irgendwie das Gefühl gehabt hat, hey, mit mehreren Spielern hat man da jetzt nicht ganz so viel zu tun? Depends. Also, wenn wirklich beide ähnliche Geschwindigkeit hatten und sowas, dann lief das wirklich gut. Und da habe ich auch wirklich das Gefühl gehabt, hey, das ist Koop. Problematisch wird es halt wirklich, sobald einer der beiden zurückfällt. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sie dann irgendwie, und wir haben schon Spiele, wo wir sowas gesehen haben, dass sowas möglich ist und sowas gemacht wird, dass das dann eben so, hey, Spieler 2 fällt gerade ein bisschen zurück, dann wechselt das einfach auf Splitscreen. So relativ dynamisch. Ich kann das Spiel gerade nicht nennen. Ich habe das jetzt vor ein paar Tagen in irgendeinem Spiel, habe ich das gesehen. Mag sogar auf der Gamescom gewesen sein, aber ich kriege meinen Finger nicht drauf gezeigt, welches. Aber das fand ich so eine coole Option, sowas umzusetzen. Und es gibt halt dann natürlich Momente, wo man sich ein bisschen mitglisch schleift anfühlt. Aber sobald man sich quasi revivet, in Anführungsstrichen, also sobald man seinen Charakter wieder reinbricht, hat er das Momentum und den Speed und auch die Richtung, in die das gerade geht, von dem anderen Charakter, der noch da ist, wird übernommen. Okay, das ist auch eine sehr wichtige und gute Info eben, dass man da jetzt nicht irgendwie bei Null anfängt und der andere Charakter ist eh schon längst in der Vorrenrennen und man wird das auch wieder mitgezogen. Es ist halt aber spezifisch aufgefallen, wenn irgendwelche Speedbooster waren. Es gab auch ein, zwei Sachen, wo ich dann direkt im Prinzip wieder neu spawnen musste. Aber ich hatte das Gefühl, wenn jetzt der andere über einen Speedbooster läuft oder gerade durch die Luft fliegt oder sowas, dann wird man genau dahin gespawnt mit der gleichen Geschwindigkeit und der gleichen Richtung. Und das finde ich nett. Also in Sonic 4 Episode 2 und auch in beispielsweise Sonic 2 hatte ich das Gefühl, dass das mehr ein Problem ist, als es jetzt hier in Superstars der Fall war. Okay, also haben sie es da wirklich versucht, ein bisschen zu optimieren. Weil das ist auch eine meiner größten Sorgen, was den Co-Op-Modus jetzt letztendlich angeht. Als jemand, der Sonic 4 Episode 2 zum Beispiel auch zusammengespielt hat mit jemandem, es hat sich einfach angefühlt, als wäre ein Spieler hätte im Grunde die Kontrolle und der zweite Spieler wäre halt kreuz und quer durch die Stage irgendwie so mitgezogen, ohne dass der jetzt wirklich großartigen Einfluss auf irgendwas hatte. Und das war halt einfach so im Vorfeld auch eine kleine Furcht von Sonic Superstars, dass einfach durch dieses schnelle High-Speed-Gameplay irgendwie nur ein Spieler das voll auskosten kann und die anderen Spieler halt so ein bisschen einfach mit dabei sind, aber jetzt nicht wirklich interagieren können mit der Stage. Was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich so ein, zwei Pfade gesehen habe, wo ich mir dachte, okay, da müssen jetzt zwei Spieler in Zusammenarbeiten, beispielsweise, wenn man jetzt Sonic & Tails spielt, dass man eben den oder die jeweils anderen da hochschleifen kann, beispielsweise mit Tails da hochtragen. Also solche Pfade gibt es auch. Okay, ja. Und das heißt, es wird schon ein Augenmerk auf Koop gelegt. Das ist jetzt, es hat sich deutlich besser angefühlt als in vorherigen Koop-Versuchen in den zweiten Sonics und ja, bin ich guter Dinge eigentlich. Okay, ja. Also ich werde den Koop-Modus wahrscheinlich nie spielen, weil es nur Couch-Koop ist, aber hey. Ja, das ist auch ein bisschen mein Problem leider. Aber vielleicht habe ich immer die Gelegenheit, den mal auszuprobieren und dann würde ich schon gerne wissen, ob es sich lohnt oder ob irgendwie. Wir könnten es halt, also über Steam wird es ja sehr wahrscheinlich gehen, dass wir das online gemeinsam spielen können. Das sei ja gesagt, weil Steam hat ja diese Funktion, dass man mit weit entfernten Spielern eben Couch-Koop zusammen spielen kann. Das ist ja mittlerweile eingebaut. Genau, ja. Aber das ist halt eine Steam-Funktionalität und wird auf den anderen Plattformen, denke ich, nicht funktionieren. Ja, wahrscheinlich nicht. Also vielleicht Playstation, die haben irgendwie was Ähnliches, aber ja. Ja, sonst noch, sonst noch was, was du unbedingt wissen möchtest. Okay, ich hätte vielleicht noch Fragen oder eine Frage zur Musik. Musik, hauptsächlich was die neuen Stages angeht, weil vom Rest haben wir ja schon ein bisschen was gehört. War die Musik jetzt mehr T-Lopes oder mehr John Cena? Um es jetzt mal drastisch auszudrücken. Also das ist im Prinzip so, wie ich es gestern gesagt habe, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass die Boss-Tracks mehr John Cena sind und der Rest der Musik mehr T-Lopes. Okay, ja. Ich weiß auch nicht, wie weit das im finalen Bild anders sein wird, aber das Level-Abschluss-Theme war 1 zu 1, das war Sonic Mania. Ich habe da keinen Unterschied rausgehört. Es kann ein Platzhalter sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es ist nicht schlecht, es ist fein, aber ich glaube schon, dass da, ja, das bleiben wird. Und ich habe auch das Invincibility-Theme gehört. Oh, cool. Und das ist basically die Titelmelodie, ein bisschen noch getunt. Klang sehr nett. Okay, ja, nicht schlecht. Also gut, dass es das Titel-Theme ist, ist halt ja auch so ein Standard in den Classic-Spielen mehr oder minder. Ein bisschen schneller, glaube ich, war es und ja, vielleicht noch ein, zwei Tunes mehr drin. Aber das ist etwas, was ich bestätigen kann. Es ist halt das Sonic-Superstar-Style-Theme. Ja, okay, ja. Okay. Give me more. Ja, ich hätte vielleicht noch eine Frage, was jetzt das Momentum an mit des Spiels ist. Momentum, es ist Sonic Mania, Punkt. Also wirklich. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich habe Rollen, ich habe sehr viel mit Rollen probiert. Ich habe sehr viel auch mit Springen und dann auf einer Downhill-Slope oder sowas landen probiert. Es fühlt sich sehr, sehr, sehr stark nach Sonic Mania an und ich habe da keine nennenswerten Unterschiede feststellen können. Okay, und die Stages, die verlangen auch ein bisschen, dass man mit dem Momentum interagiert, oder? Also die haben auch so Gimmicks, die einfach ein bisschen... Aber sie verlangen, kann ich jetzt nicht sagen, aber sie fördern es auf jeden Fall. Okay, das klingt schon mal sehr, sehr positiv. Besonders ist mir das halt bei Speed Jungle aufgefallen, weil Speed Jungle ist ein Level, wo du sehr viel in Ballform bist. Oder wie ich zumindest sehr viel in Ballform war. Und du kriegst halt... Das ist mir dann im Koop aufgefallen, weil das war so ein Moment, wo dann der Kollege aus UK... Ich weiß gerade gar nicht, bei welchem Media-Outlet der gearbeitet hat. Der war aber auf jeden Fall auch großer Sonic-Fan und hat sich mega auf Superstars gefreut. Oh, vielleicht war es Dreadnux, der war auch bei der Games Cup. Ich habe Dreadnux getroffen, es war nicht Dreadnux. Ah, okay. Der ist nämlich, witzigerweise... Sorry, muss ich kurz einschieben. Dreadnux, ich war da gerade mit Dr. Scott Nick unterwegs, der auch 4 für Sega Forever macht. Und wir waren dann so auf dem Weg in irgendeiner Halle, weil wir uns noch irgendwas anschauen wollten. Und dann kam Dreadnux halt einfach von hinten und da hatte Scott so begrüßt. So, ich drehe mich um und bin so... Oh, hey, long time no see. Und er so... Oh, it's you. Aber da war er gerade auf dem Weg, die Messe zu verlassen und zurück nach UK zu fahren. Sprich, zu meinem Anspieltermin war er schon gar nicht mehr da. Ah, okay, ja. Also, das war er definitiv nicht. Ich habe ihn ja vor ein paar Jahren schon mal auf der Gamescom kennengelernt. Das hätte ich ja wohl mitgekriegt, wenn er es gewesen wäre. Okay, ja. Nee, aber es ist halt aufgefallen, so gerade in Cyberstation bin ich sehr, sehr... Nee, Quatsch, Pinball Carnival war die erste, die wir gespielt haben. Da bin ich sehr, sehr viel... Habe ich mit den Rollphysics gearbeitet oder versucht zu arbeiten. Und da hat man schon gemerkt, dass man dem anderen schnell mal davon rollt. Okay, ja. Ich habe jetzt natürlich den Fehler gemacht und den Stick nach unten gedrückt gehalten, fällt mir gerade ein. Ah. Weil das irgendwie bei mir so Standard ist. Wenn ich die Rolle halte, halte ich den Stick einfach permanent nach unten. Und das ist ja in anderen Sonic-Spielen schon ein Problem gewesen. Ich glaube, in Sonic 4 war es so, dass du, wenn du ihn nach unten gedrückt hast, hast du halt Geschwindigkeit aufgenommen und sonst nicht. Ja. Also es kann sein, dass ich da ein bisschen verzähltes Bild habe. Ja. Und was mir gerade einfällt, es gibt versteckte Pfade. Also in Cyberstation ist es aufgefallen, es gab da etwas, wo wir mit dem Spindash hoch mussten. Und irgendwie war der Spindash, ich weiß nicht, ich würde ihn in dem Fall als etwas lasch bezeichnen. Das kann aber auch einfach unsere Dummheit gewesen sein oder so, weiß ich nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass an der Slope, dadurch, dass wir diesen 2,5D-Effekt haben, so, hey, da ist irgendwie ein kleines Loch in der Wand, kann man da rein. Und das hat funktioniert. So, das ist ähnlich wie beispielsweise in Generations Rooftop Run, fällt es mir gerade ein, da gab es auch so versteckte Räume. Und das gibt es auch hier wieder. Also wenn man aufmerksam ist, findet man da was. Nice. Also es ist ja echt einiges in diesen Stages versteckt zu haben, ja. Ja. Wo es sich lohnt, ein bisschen auf Entdeckungsreise zu gehen. Und ich habe gestern ja bei Speed Jungle auch über die Kamera gesprochen, dass die sehr dicht am Player war. Das ist etwas, was ich jetzt auch noch nicht erwähnt habe, was mir gerade einfällt. Ja. Keine Ahnung, ob das am Koop lag oder nicht. So, deswegen bitte beachten, weil ich habe ja die anderen Levels alle nur im Koop gespielt und nicht im Singleplayer. Mhm. Die Kamera war wesentlich weiter weg. Also gerade bei Pinball Carnival ist es mir direkt aufgefallen, wie weit die Kamera weg war. Das ist nämlich das erste Level, was wir gespielt haben. Am Ende habe ich nicht mehr so darauf geachtet, aber da es mir dann nicht aufgefallen ist, dass ich sagen würde, oh, die war jetzt zu dicht dran, gehe ich davon aus, dass sie dann immer so weit weg war. Mhm. Also das war dann schon eher die Classic-Sonic-Erfahrung. Was auch nötig ist, weil so dicht, wie die bei Speed Jungle dran war, kannst du keinen Multiplayer umsetzen. So überhaupt nicht. Ja. Weil dann rutschst du halt so schnell aus dem Bildschirm raus und der zweite Spieler ist dann halt immer so, eh, fuck this, ich kann nichts machen. Aber Speed Jungle war ja sowieso ein bisschen wenig in dieser Demo ausgelegt drauf, dass man Multiplayer machen kann. Okay, ja. Jetzt, wo ich so drüber spreche und das so rekapituliere, es könnte ja sogar sein, dass Speed Jungle einfach eine Extra-Stage ist, die halt nur auf Singleplayer gedacht ist und gar nicht in der Story auftaucht. Was ich jetzt nicht mal groß vermuten würde, aber es könnte halt sein. Hm, okay. Dass es halt ein Level ist, was man erst durch, keine Ahnung, die Früchte oder sowas freischaltet. Aber das würde nicht erklären, dass es zwei Acts gibt und zwei Bosse. Ja, perfekt. Bin ja ein bisschen im Zwiespalt. Das war jetzt bloß so eine fixe Idee, die ich hatte. Okay, ja. Sehen wir dann wahrscheinlich mit Release. Give me more. Ja, ich überlege gerade. Die Fragen helfen mir gerade super, mich an Dinge zu erinnern. Das ist toll. Ja? Hm, ich habe nur irgendwie gerade, keine Ahnung, eine Braveheart, was ich noch fragen könnte, weil eigentlich meine größten Sorgen im Multiplayer und eben das Momentum, die sind schon so ein bisschen behandelt worden, wo ich mir dann denke, wow, das klingt echt schon cool. Ja, wir haben ja auch schon im Vorfeld gesagt, so das wird jetzt keine Deep-Dive-Analyse, wie wir es bei Frontiers gemacht haben. Weil, ja, hier wird es sich halt auf Gegebenes verlassen. So, wir haben ein Classic-Sonic-Spiel, wir kennen das Classic-Sonic-Gameplay. Ja. Und, ja, wir haben jetzt hier kein Spiel mit großem Story-Fokus oder sowas. Oder wo jetzt richtig viel Neues dabei ist. Weil es ist ein Classic-Sonic-Spiel. Wir haben ein Classic-Sonic-Spiel mit neun Levels. Das heißt, so ein extremer Deep-Dive, wie wir es bei Frontiers letztes Jahr gemacht haben. Und holy shit haben wir das gemacht. Oh, ja. Das ist halt hier überhaupt nicht möglich. Ja, natürlich, ja. Wir wissen so ein bisschen, was wir bekommen mit Sonic-Superstars, Christian Dice. Oh, eine? Ja, ja. Sorry, eine Frage hätte ich. Hat es irgendwie Fan-Content gegeben im Rahmen dieser Demo? So, als hat man irgendwie im Level selbst oder als etwas mal Fan gehabt? Äh, nee. Nicht. Ich musste gerade kurz überlegen, weil ich habe Fan-Content verstanden im ersten Moment. Oh, okay. Aber Fan wäre mir jetzt nicht aufgefallen, wenn dann in Bridge Island. Aber da, das weiß ich gerade nicht mehr. Okay, ja. Also, ich glaube nicht, dass Fan in irgendeiner Form Teil dieser Demo-Levels gewesen ist. Vielleicht mal irgendwie durch den Hintergrund geflogen oder sowas. Aber das ist nur Spekulation. Das weiß ich nicht. Okay, ja. Also, es ist halt, auch wenn jetzt einige sich vielleicht denken, so, ja, das ist halt irgendwie super kacke, dass du dich an super vieles nicht erinnerst. Ihr dürft aber bitte nicht vergessen, dass Gamescom sowieso schon super anstrengend ist. Da hat man eine halbe Stunde, die man zocken darf. Man kann sich keine Notizen machen, keine Screenshots machen, kein Direct-Footage war erlaubt und, 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 und. Das heißt, man muss sich im Prinzip danach sofort an alles erinnern. Und ich hatte jetzt auch nicht die Möglichkeit, danach alles aufzuschreiben. Ich bin froh, dass ich mir die zwei Level-Namen aufgeschrieben habe, dass ich mich an die erinnere. Aber grundsätzlich ist man danach dann halt wieder im Messestress und hat halt immer noch Dinge zu tun auf der Messe. Und ich hatte keine Zeit, weil wir wollten dann auch schon bald los. Mein Termin war ja gegen 16 Uhr erst vorbei, dass ich mir das direkt, direkt aufschreibe. Und das tut mir halt auch super leid, aber ja, ich bin halt alleine da gewesen. Wäre man jetzt zu zweit gewesen, hätte man da noch deutlich mehr irgendwie zusammenkriegen können. Aber das ist halt leider bei uns nicht so in einfacher Form möglich. Deswegen entschuldige bitte, ich versuche wirklich so viel wie möglich zusammenzukriegen, auch im schriftlichen Hands-on-Bericht dann. Aber es ist halt schwer. Wenn ich dann Pressematerial noch habe, kann es sein, dass wir in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen. Ja. Und dann, ja, wir wollten nur erstmal so die erste Hands-on-Reaction, wenn man es so möchte, wollten wir euch jetzt in dieser Folge geben. Ja. Und ich kann viele Leute beruhigen, die, was Physics und sowas angeht, Sorge hatten, weil es ist wirklich, als hätte ich Sonic Mania gespielt, nur eben in einem dreidimensionalen Gewand. Und das ist was sehr Positives. Weil Sonic Mania hat halt Classic Sonic Physics genailed. Und klar, hier und da gibt es mal so Nitpicks, die ich machen konnte. Aber im Rahmen der Demo habe ich tatsächlich keinerlei Sorge, dass uns da ein ziemlich cooles Spiel erwarten wird. Mhm. Also, wer dann verziert im Grunde auch mehr oder weniger, dass man sich auf Sonic Superstars, vor allem als Classic Sonic-Fans, sehr stark freuen kann. Würde ich sagen, ja. Ob es den Preis von 60 Euro, beziehungsweise 70 Euro für die Digital Deluxe Edition, ob es die dann verdient, kann ich gerade noch keine Aussage treffen. Also, ich habe leichte Bauchschmerzen, was die Level-Länge angeht. Klar, beim ersten Mal braucht man vielleicht noch ein bisschen länger. Aber wir haben jetzt, dadurch, dass wir Koop hatten und ein bisschen auch Rücksicht natürlich aufeinander genommen haben damit, weil das war jemand von einem Media-Outlet, ich war jemand von Spindash, anderes Media-Outlet. Und da muss man halt im Koop-Modus ein bisschen Rücksicht nehmen, dass man halt möglichst viel, dass beide möglichst viel davon haben und beide ausprobieren können, was sie ausprobieren wollen. Mhm. Deswegen, das hat natürlich die Level-Länge noch ein bisschen in die Länge gezogen. Und das ist das, was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht. Ich weiß nicht, wie lange man letztendlich mit dem Spiel beschäftigt sein wird. Und wenn es jetzt wirklich so endet, dass man da nach vier Stunden durch ist für ein 60- bis 70-Euro-Spiel, weiß ich nicht. Da müsste es halt schon auch sehr viel Wiederspielwert bieten, was ich glaube, was es tut, weil man kann halt mit vier Charakteren, mit vier verschiedenen Charakteren spielen und hat Koop und sowas. Aber 14 Stages, also 14 Zones mit zwei Acts, wenn die Acts dann alle so maximal fünf Minuten dauern, jetzt müsste ich halt auch nur ein bisschen bewandt sein in Mathe, sind 28 mal fünf Minuten, sind wir bei 140 Minuten. Das kann man gut aufrunden auf, sagen wir, drei bis vier Stunden für den ersten Playthrough. Ja. Aber das hat für ein 60-Euro-Spiel ist wenig. Mhm. Ich glaube, es sind sogar nur zwölf Stages. Oder zwölf, ja, dann macht es das nicht besser. Und das ist jetzt nur der Eindruck, den ich von diesen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stages, die ich gespielt habe, gewonnen habe. Ich weiß, die Bosse haben immer recht viel Zeit in Anspruch genommen, dadurch mehrere Phasen und sowas. Mhm. Aber ausgehend von den Stages, die ich gespielt habe, habe ich, was die Spieldauer angeht und den dazugehörigen Preis, ja, Bauchschmerzen. Okay. Muss die Zeit zeigen, ob es das dann wirklich wert ist. Aber man muss auch dazu sagen, die physische Version ist ja auf Amazon, Hashtag Not Sponsored, gerade für, I Don't Know, 50 oder so schon verfügbar. Mhm. Ähm, das ist dann schon eher was. Ich hätte es gerade persönlich eher bei einem 40-Euro-Preis gesehen, muss ich sagen. Also ähnlich wie Mania. Okay, ja. Aber wenn es genug neuen Content bietet, wäre ich mit den 50 wahrscheinlich auch sehr, sehr fein. Aber bei 60, wie gesagt, muss ich erst mal das finale Spiel erwarten. Okay, ja. Das müssen wir dann erst dann herausfinden, ja. Aber ich hoffe einfach mal, dass der Wiederspielwert, wie bei vielen weiteren Classic Sonics, einfach entsprechend hoch sein wird. Ja, wie gesagt, davon gehe ich aus. Also so viele Bonuspfade und sowas, wie man hatte. Genau, ja. Es gibt ja auch, man hat ja jetzt nicht nur diese Früchte und die Emeralds, die man sammelt, sondern man hat auch die beliebten goldenen Coins aus Sonic Mania. Mhm, ja. Die sind dann Ersatz für die Chaos Emeralds beispielsweise in den Special Stages, liegen aber auch teilweise so in den Levels rum. Das müsste man, glaube ich, in einem Trailer gesehen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Also in Bridge Island haben wir zumindest eine Münze so im Level gefunden. Kamen wir da nicht hin, weil keiner von uns Tails hatte, aber... Ja. Und ja, es ist ja auch schon bestätigt, dass das Spiel noch so Extra-Acts auch hat, die eben freischaltbar sind. Ja, ja, ja. Also die werden die Spieldänge auch so ein bisschen in die Länge ziehen. Vielleicht nicht signifikant in die Länge, aber doch vielleicht noch mal eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine Stunde mit dazu packen, wenn man jetzt wirklich alle findet und macht. Also ich bin unterm Strich erstmal sehr positiv von Sonic Superstars überrascht, weil alles, was Classic Sonic angeht, ich bin halt mehr ein Modern Sonic, beziehungsweise ein 3D-Sonic-Fan. Mhm. Heißt, ich kann mit den Classic Games im Regelfall nicht so viel anfangen. Es gibt natürlich Ausnahmen. Sonic CD, Sonic 3 Knuckles, Sonic Mania, ja. Mhm. Aber meine Liebe geht doch eher zu den 3D-Sonics und da bin ich jetzt durch Sonic Frontiers ein bisschen verwöhnt worden. Ja. Ich weiß aber auch, dass es bei den 3D-Sonics ein paar Ausfälle gibt, wo der Preis, den man dafür ausgibt, nicht im Ansatz gerechtfertigt war. Sonic Forces. Entschuldigung, ich hab ein bisschen Husten. Ja, ja. Also ich bin gespannt. Ich bin der Meinung, Sie haben da bisher was sehr Cooles auf die Beine gestellt und ich hoffe, es bleibt dabei. Der Erfolgsbericht von dir hat mir wirklich nochmal ein bisschen zusätzlich einen Hype gegeben, könnte man sagen. Ich bin nochmal ein bisschen positiver auf das Spiel gestimmt, weil es genau das ist, was ich mir im Grunde erhofft habe. Und übrigens, worüber ich noch gar nicht gesprochen habe, grafisch sieht das Ding sehr in Ordnung aus. Also es ist jetzt nichts, was einen super vom Hocker haut, das sieht man auch in den Trailern schon und ich finde, es sieht in Teilen halt wirklich ein bisschen Mobile-like aus. Okay. Was ein bisschen schade ist, weil Generations, finde ich, hatte ein bisschen mehr, die 2D-Stages. Das sah halt einfach ein bisschen cooler aus. Es ist halt hier stellenweise ein bisschen off-putting, wie die Charaktere auf dieser Welt stehen und auf dieser Welt agieren. Aber das ist alles kein Drama und wird einem beim schnellen Spielen sowieso wahrscheinlich überhaupt nicht auffallen. Ja. Das wird halt irgendwie auf so einen etwas simpleren Classic-Look einfach nur heute in 3D wahrscheinlich aufgebaut. Ja, und das ist auch okay. Wie gesagt, es sah sehr in Ordnung aus. Es ist jetzt halt nicht so, boah, voll geil, richtig, richtig gut, sondern es ist halt einfach, ja, sehr in Ordnung. Ja, und am 28. September kommt ja Sonic Frontiers DLC und dann am 17. Oktober Sonic Superstars. Ja, bei der paar sehr beschäftigte Sonic-Monate. Wir bekommen wahrscheinlich noch einiges an Infos zu Sonic Superstars bis dahin, weil zwischendurch ist ja dann auch noch die EGX, wo traditionell ja auch immer noch mehr Anspielmöglichkeiten sind, wo dann mehr Fans die Chance bekommen, das auch zu spielen. Die Nintendo Switch-Version konnte ich leider nicht antesten. Oh, okay. Wir waren einmal da, weil wir dachten, okay, beim Sega-Stand ist die Schlange zu Superstars schon echt kurz, dass wir da in 10 Minuten rankommen. Einfach mal zu Nintendo gehen. Ja, Sonic Superstars war, glaube ich, das einzige noch nicht releasete Spiel, was bei einem Nintendo-Stand anspielbar war. Entsprechend lang war die Schlange. Okay, ja. Was ich an sich cool finde, also ich glaube, man hätte da halbe, dreiviertel Stunde gewartet und die Zeit hatte ich aber einfach leider nicht. Heißt, ich kann jetzt über Grafik auf der Switch und sowas leider echt nicht sagen, aber ich finde es cool, dass beim Switch-Stand dann doch eben das gewirkt hat, dass es eben bei Nintendo ist, die Leute zu Nintendo wollen und Nintendo Sonic hatte. Also was die Switch-Version ist, das werden wir aber auch, wir werden da wahrscheinlich auch Gameplay sehen in den nächsten Wochen, Monaten. Ja, wahrscheinlich, ja. Schauen, wie es sich im Vergleich zu einer Version schlägt. Ja, ich würde sagen, dann haben wir das für heute auch. Ja. Haltet die Augen offen auf spindash.de. Der Hands-On-Bericht wird kommen, potenziell zur gleichen Zeit wie diese Podcast-Folge, eventuell aber auch ein bisschen später, weil ich eben gerade sehr, sehr viel am Hasseln bin, mit zur Familie fahren, wieder zurückfahren, zur Familie fahren und sehr viel einfach im Kopf habe, also falls das ein bisschen später kommt, tut es mir echt leid. Ich versuche mein Bestes zu geben, aber dann werde ich wahrscheinlich, wenn Screenshots und sowas da sind, noch ein bisschen mehr niederschreiben können an Infos, gerade weil ich, wenn ich schreibe, auch die Gedanken wesentlich besser sortieren kann, als das jetzt, wir reden in einem Podcast mit. Klar, ja. Da wird noch ein bisschen was kommen und seid darauf einfach gespannt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche Montag gibt es dann die neue Folge, wo wir noch, glaube ich, gerade kein Diskussionsthema oder so geplant haben. Noch nicht? Mal schauen, was auch auf die Woche, ja. Ja, ich rechne damit, dass die Woche jetzt eher ein bisschen ruhiger wird. Also können wir da auch eine kürzere Folge machen, weil wir hatten ja jetzt zwei Stück. Ja, stimmt schon. Und die ist jetzt doch ein bisschen länger geworden als erwartet, so eine knappe Stunde wahrscheinlich. Ja. Ah ja, wenn euch das Ganze gefallen hat und auch wenn nicht, gebt uns eine positive Bewertung. Ja. Das könnt ihr unter anderem auf Spotify, Apple Podcasts und natürlich auf YouTube tun, wo ihr auch kommentieren könnt. Also auf Apple Podcasts natürlich direkt in der Bewertung. Auf Spotify könnt ihr, wir haben immer so ein Q&A, so was hältst du von der Folge? Da könnt ihr auch gerne Fragen stellen und wir beantworten die dann in der nächsten Folge. Gleiches gilt für die YouTube-Kommentare und unseren Discord-Server. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung und natürlich auf spin-dash.de. Und wir freuen uns da immer über Neuzugänge und kommt da gerne rein in unsere Community. Ah ja, jederzeit. Jeder ist willkommen. Und ja, ansonsten bleibt nur zu sagen, macht es nicht gut, macht es besser. Wir hören uns kommenden Montag in alter Frische wieder, vielleicht sogar am Donnerstag zum Streamen. Das ist jetzt noch nicht ganz raus, ob wir das schaffen. Mach auch, ja. Dann 20 Uhr twitch.tv slash Rookie185 und wir spielen dann Sonic Mania. Falls nicht, erfahrt ihr das rechtzeitig natürlich auf unserem Discord-Server. Und ja, macht euch eine wunderschöne Restwoche. Bis nächsten Montag. Und wir verabschieden uns jetzt natürlich wie üblich mit unserem Outro-Song, gesungen von Zebo Labs und gespielt von der Band Das Gültene Loch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Macht es gut. Habt eine schöne Woche. Freut euch auf Sonic Superstars. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.